Neoprenanzug wie trocknen. In dem Video möchten wir kurz zeigen, dass man den Neoprenanzug nicht in der Sonne trocknen soll, obwohl es natürlich sehr verlockend ist, weil der so schneller trocknet. Aber die UV-Strahlen von der Sonne, die werden das Material, vor allem die Nähte, beschädigen. Deswegen nehmt euren kostbaren Neoprenanzug und hängt ihn lieber im Schatten auf. Da kann der Neoprenanzug optimal trocknen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.